24 Ja cool, ja das macht richtig Laune Nein, nein Was ist hier los? Ich hasse mein Leben nicht heute Stau Oh scheiße Unfall What the fuck Wäre ich mal bloß abgefahren Kurva wird der Pole sagen Oh scheibenkleister, echt jetzt? Ah, na das ist ja wieder klasse Jo, die stehen schon alle in der langen Schlange Ein Traum So, dann werde ich mal der Chefin Bescheid sagen Dass das auf jeden Fall noch dauert Falls einer Zeit hat Kann ja mal einer googeln, wie lang der Kackstau hier ist Alter Das kann doch nicht wahr sein Echt jetzt Kack die Wand an Zweieinhalb Stunden Ja ich hatte schon mal Das weiß ich noch wie heute Das meine Freundin in den Yoga-Urlaub geflogen Und da habe ich gesagt, ich komme abends noch hoch Das war genau Autobahnabfahrt Grambig Ich bin raufgefahren Zack stand ich im Stau Sechseinhalb Stunden Weil da zwei Ein, ich glaube ein Schweinetransporter Gebrannt hat Dann ein LKW mit Lego-Teilen Bis Wittenburg Das ist ja Traum Oh Scheibenplatz Das ist echt Ja Nix zu trinken Nix zu essen Und nur noch drei Zigaretten Der Tag könnte nicht schöner sein Und er hat blaue LEDs als Kennzeichenbeleuchtung eingebaut Das ist ja auch nicht schlecht Ich werde mal, glaube ich, die Kamera einhören Das ist die Scheibe Oh Stefan, du alte Socke Ja, heute ist nicht mein Tag Es geht weiter mit Es ist nicht mein Tag heute Reifen umziehen vom Radlader Hat mehr recht Als schlecht geklappt Weil die ganze Zeit Das blöde Telefon geht Ich meine, ich habe ja nichts dagegen Ist ja auch alles gut, ne Aber dass die immer Freitags auf die Idee kommen Dass man Freitags noch was reißen soll Die Kunden Finde ich immer faszinierend Ne, kein Essen dabei Kein Trinken dabei Drei Zigaretten nur noch Ich heule im Strahl Warte mal Ja, das Problem ist Ich habe jetzt nicht drauf geachtet Ob ich schon hinter Zahnteam bin oder nicht Ja, das ist ein richtig bescheidener Tag Avec Kinder Sorry, my friend My kids are at home One kid is by a party Und das zweite Kind Keine Ahnung Heute ist irgendwie so eine Fortnite-Season Oder irgendein Blödsinn Oder irgendwie ein Turnier Oder Ich kenne mich Ich will mich damit Ich auch nicht Fortnite mag ich nicht Ja, Freitag der 13. Ich heule im Strahl Heute lief irgendwie so gar nichts Zweimal auf den Finger gekloppt Weil man dann schon genervt war Weil dann schon wieder das Telefon ging Ach Marcel, kannst du nicht Und willst du nicht heute doch noch So ungefähr Ich so, nee Ich mache heute mein Kram fertig Und dann noch zwei Reifen Habe ich noch fertig gemacht Dann habe ich noch vorhin noch Ein paar kostenlose Reifen abgeholt Die habe ich geschenkt bekommen vom Kumpel Da muss ich nochmal am Wochenende hin Ja, das ist natürlich kacke jetzt Oh Mann Ich wusste es Ich hätte einfach im Bett bleiben sollen So ein Mist So, warte mal Hier müsste Dodo sein Ich hätte gesagt Dodo, Dodo Ist hinter Zahrentin Ja, ist hinter Zahrentin Kacke Nee, warte mal Bin ich Garlin schon vorbei? Ja, Rettungsgasse steht du Warte Warte Moze Mänt Zack Akkurohr mit dem Draht Und Zack Geht es nach vorne Vielen Dank.